Herzlich Willkommen zurück zu Sky Factory mit dabei 500 wieder und ein kleiner Wuff Hallo. Hallo. Falls wir uns verschnupft anhören. Ja, wir sind leicht erkältet. Entschuldigung. Jo, jetzt verhindert er die Reihe hier kurz ab. Dann werden wir weiter an den Quests. Punkt abschließen. Weil wir haben offline gefarmt Erde. Ja, die ist schon gesiebt, die wir jetzt gerade zweieinhalb Stack Bruchstein haben. Und zur Lava-Herstellung brauchen wir die... Ja? Kommst her? Die waren hergestellt aus Ton und Knochenmehl. Ja, dann nehme ich das einmal. Zip. Das haben wir sicherlich da drüben bekommen. Und dann werde ich erstmal hier drin kochen. Und Knochen muss man sagen auch, dass das... Was gehärtet ist? Ja. Dann brauchen wir ein Stück Kohle. Das werden wir dann auch gleich herstellen. Ich werde ihn jetzt raus... Ja, schee. Ja, schee. Ja, schee. Ja, schee. Wie haben wir sonst? Ja. Ja, schee. Ja, schee. Jetzt brauchen wir ein Stück Kohle. Und einen Stock. Eine Torch. Eine Macke. Die werden wir jetzt hier hin tun. So. Da oben drauf den Kochtopf. Da hinein tun wir jetzt einfach Bruchstein. Jetzt dauert was, bis die... 980 durch sind. Und dann ist es ein Eimer voll Lava. Und dankeschön an den Kommentar, der geschrieben hat, dass man mit den Bäumen aus sieben Blöcke hoch, dass keine Krüppelbäume mehr entstehen, wollen wir jetzt umsetzen. Kein Problem, weil die Bäume wieder weg sind. Und wieder drum herum machen, um Linien zu ziehen mit Slabs. Da stehen eh keine Krüppelbäume mehr. Das ist super. Kann man leicht abbauen. Krüppelbäume bringen am meisten. Ich hätte fast gesagt, warum mal lieber im Bett. Es wird langsam dunkel hier. Achso, ja, stimmt. Wir könnten ja eigentlich theoretisch bauen. Eben, glaube ich, haben wir ja schon gezeigt. Ja. Ja, für jeden haben wir ja mit den Würmchen. Mit den Würmchen. Mh. So, vier. Ein paar drei Reiche. Wachen wir mal. Nein. Äh, nee. Wärter jetzt. Ich weiß nicht. Brauchst du ja gerade wieder hab. Ich hab sie eingesammelt. Ja. Ja, ja. Kannst du mal schlafen gehen kann? Ja, dann geh schlafen. Theoretisch darf das gehen. Ah, wenn nur einer reicht? Okay. Ich hab die anderen Betten gar nicht gebraucht. Naja. So hat jeder ein Spawnpunkt. Ja. Später wichtig. Ja. Naja. Was? Spawn doch eh immer von unserer Insel. Anders spawnen. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Gut. Da hat es da jetzt langsam, auch schneller, langs blauer wird. Brauche ich einen Eiseneimer an. Anders gesagt, ich fahre die Buchstahl, die 28 Stimmen, brauche ich ab und mache noch mal eher zu draus. Okay. So. Das ist ein Kumpelbaum jetzt gleich in die Gurgel. immer noch Holz, ne? Kein Holz. Ach so, du machst ja jetzt. Das machst du jetzt, äh, Kies, ne? Ja, und das sind Kies, mach ich jetzt Sand. Ach so, Sand, dann das. Obst, hab ich jetzt alle mitgenommen? Ja, ja, so ist es. Dann hast du den Staub, was dann irgendwie bleibt, komprimierte Blöcke und daraus haben wir dann eine Chance, dass Eisen rauskommt. Deswegen mache ich das. Weil wir brauchen ja drei Eisen, weil wir einen Eimer machen können, damit wir die Labe überhaupt transportieren können. Ja, Eisen. Danach werde ich einen Cobblestone-Generator bauen, weil ich habe nämlich eine gute Bauanleitung gefunden, gebe ich zu, was es einfach einfacher ist. Ja, wenn der eine zum Testen war, der war Käse. Ich meine, wir gehen Vanilla, äh, Dings, wo es so ein Generator Käse ist. Aber bauen mal. Nicht gemacht, so das letzte Mal? Ja. Dann bauen besseren. Ach, ne. Dann bauen doch so, dann überlasse es halt dir gern die Aufgabe, ist mir doch egal. Wenn du einen besseren weißt. Richtig. Ja. Das ist so. Ja. Danke. Na, scheiß drauf, das geht schon von alleine weg. Nee, okay, hast du auch wieder recht. Hm? 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 ahnung ich wusste die muss einfach mal deine augen ja ich frage nur warum ich solche scheiß kohle augen habe ich hasse die dinge die scheiße wo packe ich erde hin 56 in der oberen kiste dazu dass du da mal wissen wo sie ist eigentlich kann dafür er hätte nach unten gekehrt aber das wird er egal meins ach so ist ja gar nichts naja er kennt es jetzt mehr war ich weiß welche hoch so warte mal das holz haben einfach mal diesen hier machen das könnte ein paar sekunden dauern das merke ich schon einfach aus dem grund weil wenn wir wirklich nicht doch einmal große bäume haben weil er weiß das konstrukt passt oder nett ok hier kann es runter kommen ok das jetzt auch einfacher haben können da ist eine leiter selbst funktionieren 30 steht man nicht lang richtig und aber macht ihr noch mehr und seitdem kraft so ich probiere wie das war es auch schon wieder mensch da war es schon mal nachher was abkriegen dann bis zum nächsten mal ciao